Hallo und ganz herzlich willkommen zu meinem allerersten Video hier auf meinem Kanal. Ich heiße Samara und ich bin 19 Jahre alt. Der Grund, wieso ich dieses Video mache und überhaupt mit YouTube anfange, ist, dass ich in 20 Tagen nach Spanien fliege, um dort eine Sprachreise zu machen. Diese Zeit, auch wenn es jetzt nicht so unglaublich lange ist, wird für mich ein Riesenabenteuer, denn ich war noch nie so lange so weit und vor allem alleine von zu Hause weg. Mit YouTube kann ich das Ganze für mich selber festhalten, aber eben auch auf einer persönlichen Basis mit euch teilen. Ich nehme euch mit bei der Vorbereitung, der Planung, dem Kofferpacken, zeige euch meine ersten Erfahrungen und Eindrücke und eben dann meinen Alltag, der sich einspielen wird und dabei dann vielleicht auch die einen oder anderen Tipps und Tricks für diejenigen, die was ähnliches vorhaben und für die das dann hilfreich ist. Oder vielleicht wollt ihr auch einfach so bei meiner Reise dabei sein. Ich persönlich liebe ja solche Videos, die ums Reisen gehen und so. Ja, der Grund, wieso ich überhaupt eine Sprachreise machen will, ist der, ich habe bis letzten Sommer mein Abitur gemacht und wollte dann noch nicht direkt anfangen zu studieren. Eigentlich wollte ich immer ein Au-pair-Jahr machen. Ich habe immer geträumt von New York. Es war mir aber hinterher dann doch zu weit und zu lange weg von zu Hause und habe mich dann für ein FSJ entschieden. Ich bereue diese Entscheidung keinesfalls. Ich hatte ein wunderschönes letztes Jahr, nur jetzt wollte ich nach dem FSJ nicht direkt ins Studieren übergehen und habe mich gefragt, was ich machen könnte. Ich wollte aus dem Alltag raus. Ich wollte was Neues sehen, neue Erfahrungen sammeln. Ja, und diese Sprachreise kombiniert alle meine Wünsche, die ich jetzt habe, bis es dann mit dem Studium losgeht. Ich möchte Erfahrungen sammeln, ich möchte reisen und eben Spanisch lernen. Ich liebe Spanisch. Für mich ist es die schönste Sprache, die es gibt. Und deswegen ist diese Reise einfach perfekt für mich. Ich freue mich so auf meine Reise und darauf, euch mitzunehmen. Und wenn ihr Lust habt, mich auf meiner Sprachreise in Spanien zu begleiten, dann könnt ihr mich ja abonnieren. So, das war es jetzt auch erstmal von mir. Bis dahin, tschüss und bis zu meinem nächsten Video.